Servus, hier ist wieder eure Tag Koffel, zurück hier mit Call of Duty World War II. Mittlerweile dürft ihr es ja wissen, dass ich eigentlich eher der Typ bin, der ziemlich gechillt durch das Spiel läuft und sich selten aufregt. Da rutscht zwar mal was raus, aber es hält sich im Rahmen. Das Ganze sieht anders aus, wenn eine Runde auf Flag Tower ansteht. Es ist unbeschreiblich, ich weiß nicht warum, aber ich hasse diese Maps. Sobald ich die schon auf dem Ladebildschirm sehe, kriege ich Puls. Und noch schlimmer ist es, wenn das gegnerische Team kämpft, Glück hat oder was weiß ich und das dann noch zwei Runden hintereinander. Sieht mich vs. Camper vs. Feuerpumpgunmann und meine Wut. Immerhin habe ich heute mal Empir gespielt, viel Spaß damit. Ja, hatte das Ding jetzt so. Ach Gott, bist du wach. Ach Gott. Da ist das ganze Team. Oh Gott. Willst du mich verarschen? Wo sollen die Kurl hingegangen sind? Oh Gott, ich renne genauer hin, Alter. Alter, wollt ihr mich verarschen? Ey, wie lange flieht denn der Käpt'n Koks noch? Dann von hin, ja. Welche? Jetzt kommt der, Alter. Die sind so schlecht. Willst du mich verarschen? Alter, bist du ein Huressohn. Schimmel doch noch mehr. Ohne Witt... Willst du mich verarschen? Du dummer Huressohn! Alter, jetzt spawnen die neben mir. Was geht denn ab? Und dann von zwei Seite! Hallo, Spiel. Ich will Amor hinter jemanden spawnen. Ich bin Verstaltung. Ey, es ist doch zum Kotzen. Aufklärung in der Luft. Ey, Shit-Marker! Hi! Und... Er lenkt Bomben ins Haus! Ist das denn... Ich will da keinen Feind sehen. Fick dich! Und schon nochmal von hinten! Und er schimmelt schon mit der hier. Käpt'n Blöd-Arsch! Und er schon nochmal... Willst du mich ver... Willst... Alter, die schimmelde nur an der Ecke! Die Stellung wird überrannt! Raupenverstaltung! Die schimmelde nur! Alter, das ist unfassbar! Der sitzt die ganz rund, der in dieser verfickte Ecke. Du, Wichser! Ich bumse, ich habe da Bistohl! Jetzt! Ich spiel gleich Pumpgun! Ich hol... Alter, ich rasch aus! Ne, aber lang kann ich heute immer... Mein Nerven ist am Ende... Oh, nicht schon! No more! Oh! Oh, Mann! Oh, f*** dich doch! Oh! Ey, du bist doch zum Kotze! Das ist doch der hier ernst! Ich habe hier Bock nicht auf die Map! Das ist mit Abstand die größte Gräbse, die ein Skript neben dem Spiel. Flag Tower! Ja, gut! Och, und er hat die Pump dann! Oh, das ist das ganze Team! Und eine Feuerpumpgun! Ich will jetzt schon Nimi! Alter, er ist immer noch da drin! Du blöde Mist! Jetzt spiel ich MP! Du Wichser! Ich vergewaltige dich jetzt! Deiner verfickten Feuerpumpgun! Gegner am mittleren Aufzug! Weiter! Der jetzt hat gestorben! Stürb halt nicht! Hast du die Fähigkeit bei dir am Ende? Haha, renn doch, renn du Arsch! Kann anders sein! Bist du gut? F*** dich mit deiner verfickten Feuerpumpgun! F*** dich! Boah, da sind sie schon nochmal zu zweit, ihr Homos! Schimmel doch sonst wo! Ey, das ist nicht sein Ernst! Er liegt auf dem Baum! Bist du krank? F*** dich mit deiner Aufzug! Oder die Fiesweh! Du Wichser! Und er ist schon am... Die Wolle nur irgendwo sitze und gammele! Der andere Wichser gammelt! Beweht dich doch, Mann! Du Huresohn! Haben die gar keinen Bock mehr! Ne, die beweht sich nicht! Der eine... Der guckt dem anderen nur auf den Arsch! Der macht sonst nix! Der guckt nur seinem Gefläch auf den Arsch! Mit ihren schwulen Blaumännern, wo sie anderen haben! Achtung, da kommen wir ganz, ganz viele Schimmlers! Alle, ich bin immer so. F*** da! Ich kann Dropshotter, du Hureton! Was kannst du? Da, schon nochmal! F*** dich! Ich dropshot dich alle froh! Da ist noch einer! Und... Ach du Arschge... Er gammelt nochmal oberm Fenster! Dann brutz es ach! Da ist die Mama froh! Wir haben die Feuerhoheit! Himmel, Jakob! Okay, Connection ist wieder drauf! Aufklärungsflug abgeschlossen! Aufklärung in der Luft! Jetzt hab ich keine Granaten getroffen! Aufklärungsmaschine! Oh, von hier! Oh, mit einer verfickten Pumpgun! Leck mich! Aufklärung in der Luft! Kick dich, Mann! Lernst du Ziele! Ohne Pumpgun! Mist, der Abschuss! Wo spawnt dann er? Warum guck ich mir die Killcam mit an? Meine Güte! Flugbangs Amo was! Was soll ich sagen? Tim, guck da die Killcam an! Sag das! Tim, guck da die Killcam an! Herh, auf mich anzuschießen! Quickmarks! Aufklärungsflug abgeschlossen! Alter! Du Arsch-Penis! Wenigst hat er mal im Tiefen nicht! Aufklärungsmaschine sucht nach Zielen! Jetzt! Idiot! Ich hab die Killcam schon noch mal nicht gehofft! Feindliche Bombe im Anflug! Nein! 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 Fick dich! Mr. Abschuss! Du dumme Missgeburt! Ja, schimmelst du noch mal, du Rund! Doch, friss Granat! Gib mir meine Granate zurück! Sieht aus! Meinen Sprengstoff nicht! Gib mir meinen Sieg! Doch her, du blöde Missgeburt mit deiner verfickten Pumpgun! Und dann kriegt der... Ach, komm! Was ist denn das für Play of the Game? Der war sogar AFK! Ach Gott, im Himmel! Och, Call of Duty! Scheinlich zwar lieb, aber die Dormap, die ist so behindert! Was lieb! Och, Mann! Tim im Rage-Mod! Alter! Ne, die Map geht jetzt gar nicht! Nur dem Nebel vorhin... Und dann noch zwei Mal hintereinander! Ja, das war... Bist... ... ...